Willkommen zurück, Leute, bei Pokémon Omega Rubin! Schön, euch zu sehen! Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Kann es überhaupt im Gras sein? Was ist das eigentlich für ein Pokémon? Giflor? Nee. Der Mimikri-Club wurde von Leuten gegründet, die das nachahmen lieben. Ach ja, stimmt. Ihr bewegt euch ja nur, wenn ich mich bewege. Oder wie war das hier? Ja, wart doch so, lauter Bekloppte. Ja, erinnere mich. Oh Mann, meine Wärmflasche ist total heiß. Und trotzdem kommt sie mir total kalt vor, weil mein Bauch schon total abgehertet ist heute. Weil ich heute ungefähr schon den ganzen Tag eine Wärmflasche habe, weil es mir nicht zu gut geht. Oh Mann. Was? Lehnbrühe? Zeig mal. Ach, das ist eine Wasserattacke. Nee, dann nicht. Ich dachte, das ist eine Bodenattacke. Ich gebe mich geschlagen. Ist auch schlau. Hey, Kleiner, Kleiner, Kleiner. Du hast es geschafft. Endlich treffen wir aufeinander. Oder wolltest du mir etwas aus dem Weg gehen? Ich habe dich angesprochen, anstatt du mich beantwortet. Das ist deine Frage, Eusebius. Wolbeet, cool. Ach, wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz meine Hose Zurecht ziehen und die Wärmflasche unter das T-Shirt stülpen, damit sie auf der Haut liegt. Weil jetzt ist sie nicht mehr so heiß, dass ich mir sämtliche Hautzellen verbrenne. Ja, ja, so ist das. Ach, ich sollte mal das Infovideo aufnehmen, nicht wahr? Nee, ich will nicht wechseln. Warum sollte ich wechseln wollen? Ich will mich mal höher hinlegen, so. Damit ich auch was sehe hier. Im Relife. Hey, was für ein großartiger Kampf. Sorry übrigens, dass diese Parts diese Woche jetzt im Dunkeln sind, aber es geht nicht anders. Endlich treffen wir aufeinander. Meine Käfer-Pokémon möchten dich auch kennenlernen. Was? Käfer-Maniac-Till. Käfer-Sammler werden zu Käfer-Maniacs, die ziemlich gruselig aussehen. Okay. Eigentlich würde ich gerne in meinen Planers wiederbeleben möchten wollen. Dingens. Denn eigentlich will ich, dass es auch Erfahrungspunkte mitbekommt. Psychokinese. 80, 90. 50, 100 Spezial. 90, 100 Spezial. Weg damit. Cool. Mega stark. Damit besiegen wir alles. Ich wünschte, wir wären uns nie begegnet. Ja, ich auch. Vielleicht könnte ich nachts dann mal ruhiger schlafen. Ich will mal ein Shiny finden. Tropius. Wenn du das Aeroas überlebst, dann nehme ich dich mit. Tja, blöd. Das war eigentlich ziemlich obviest, dass es das nicht überleben wird. Bist du wieder ein Kegleon? Ich will kein blödes Kegleon. Hey. Machst du einen Schritt nach vorne, machen wir auch einen Schritt nach vorne. Drehst du dich nach rechts, drehen wir uns auch. Ja, genau. Je war die komischen, komischen, komischen Menschen hier. Uriel. Uriel. Bacchus lebte eine Spur zwischen Uriel oder so. Und über irgendwas anderes. Ja, das war mal ein super gutes Rätsel bei einem Spiel. Ciao. Ah ja. Maha, wenn ich gewinne, verlierst du. Und wenn du verlierst, gewinne ich. Das ist ja interessant. Äh, nein. Du blöde Tussi. Was bist du eigentlich für eine seltsame Trainerklasse? Pokémon Ranger. Mega cool. Cup Hits. Oh. Cup Hits gegen Taubos. Voll unfair. Es ist kein Taubos, habe ich recht? Es ist ein Schwallboss. Voll kreativ. Boah. Na toll, jetzt bin ich vergiftet, du Drecksack. Notsituation. Ne, ich glaube nicht, dass ich das lernen will. Nö. Ja. Lala. Und Fälle passieren immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Also, hör mal, habe ich mit dir schon gekämpft? Nö, hast du nicht. Okay. Dann lass uns das jetzt tun. Oh, du bist ja kein Kind. Hahahaha. Ups. Maskeregen ist eigentlich total süß. Wie schnell es mit den Flügeln flattern kann. Oh, wow. Zu was entwickelt sich Maskeregen? Ah ja, die Vergiftung. Ach, egal. Huch, nee. Da wechseln wir mal nicht. Das machen wir alles. Zelda rockt alles. Gibt's hier eigentlich schon unsichtbare Kekleon? Hoppla. Ich hab verloren. Das hast du gut erkannt. Hier hast du einen Keks. Ich dachte immer, man könnte fliegen, indem man viele Vogel-Pokémon fängt und sich diese angeklammert. Haha. Und dann gibt's eine V.O.M. Oh, Mann. Es wird hier im Leben oft noch so... What the fuck habt ihr viele Wingal? Geht's hier gut? Angeblich soll es irgendwo eine sogenannte Urzeithöhle geben. Die Menschen erzählen sich, dass dort die Geister von Pokémon wieder zum Leben erweckt werden. Ob das tatsächlich möglich ist? Oh, oha. Da sieht aber jemand müde aus. Ja, danke. Lady, danke. Vielen, vielen Dank. Echt. Dankeschön. Habt ihr, habt ihr was Leckeres im Kühlschrank? Oh, lecker. Danke. Tschüss. Tja, was will ich jetzt? Will ich jetzt da hoch oder will ich jetzt hier... übers Meer surfen und darüber gehen? Wow, was war das denn für ein Tier? Tropisch ist das da? Ah, was will ich denn jetzt? Eigentlich will ich mein Fahrrad wechseln. So viele Wege. So viele Wege. Kit, eins deiner Pokémon Geheimpower? Ja. Mein Metang. Das irgendwann mal zu einem Metagross wird. Und dann zu einem Meta-Meta-Gross. Meta. Mega-Meta-Gross. Nein, danke. Ich kriege schon ein Shiny-Difloh, ohne dass ich was dafür tun muss. Dafür kriege ich ein Shiny-Mankey dann. Hon... Hon... Was? Honmelbären? Was ist das denn jetzt wieder komisches? Ich hab zwei Honmelbären gefunden, Leute. Achso, ich bin gar nicht verbunden. Deswegen finde ich keine Geheimbasen. Verstehe. Oh. Nee. Was sind denn Honmelbären? Oh. Ist doch blöd. Stärk, die Freundschaft zängt aber den und den wert. Ist doch bescheuert. Wer will das denn? Keiner. Keiner. Wenn das so ist, will ich erst da lang. Tag. Aber da ist doch eine Geheimbasis. Hm. Du hast mich angesprochen. Also willst du kämpfen? Also kämpfen wir. Los, kämpfen wir doch. Dann kämpf doch endlich mit mir. Los, lass uns kämpfen. Ist ja gut, Abelke. Das ist doch kein Name. Das ist ja wohl ein Name, du Fiese. Okay, okay, ist das ein Name? Es ist ein Name. Alles ist okay. Tut mir leid. Und boom. Und boom. Ja. Ben, du hängst hinten her. Das geht so doch nicht. Also setzen wir Laubklinge ein. Und, 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 und. Was hast du noch so im Angebot? Barschwa. Ach, das macht auch Planas. Und zwar mit einer Laubklinge. Ist das jetzt nicht sogar vierfach effektiv? Oder ist das dann Gestein? Wasserfisch. Fisch, 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 Fisch. Also. Wir brauchen einen Blattstein. Aber ich hab gar keinen. Oder? Ich hab überhaupt keine Steine. Auch gar keinen Donnerstein für meinen Pikachu. Ich hab überhaupt voll wenige Items bloß. Geheimbasis von Rocky. Hallo Rocky. Danke Rocky. Lass uns Freunde sein. Juhu. Ich glaub. Oder sind die... Gehören die da hin? Mach das da doch mal wein. Ne, da kann ich nicht durchgehen. Da muss ich mit dem Fahrrad hinfahren. Na toll. Achso, ich hab grad meine Stoppe ausgemacht. Das war vielleicht nicht so schlau. Aber ich musste... Ich musste ganz kurz... Ich hatte keine andere Wahl. Wisst ihr? Doppelkampf? Ja, okay. Spitz, der erste Trainer, der uns begegnet, seit wir uns zu einem Team zusammengeschlossen haben. Zusammen sind wir Krips und Muckis auf einen guten Kampf. Wir hängen uns auch voll rein. Oh yeah. Krips und Muckis? Glaubt ihr, das funktioniert? Ja, natürlich funktioniert das Kadabra und Maschok. Okay, gar nicht mal so dumm. 14 Minuten und 16 Sekunden. Ich verstehe. Äh... Äh... Okay. Ach egal, ich mach einfach Surfer. Wow. Das war leichter als erwartet. Na, Krips und Muckis? Tü-dü... Nein, PC, lass das! Ich hoffe, ihr habt da nicht immer schwarzes Bild oder so. Ist doch behindert, Mann. Vielen Dank. Aha, aha. Habt ihr gelernt, dass es... Dass eure Teamkombination keine gute ist? Nein. Ich bedanke mich fürs Zugucken, Leute. Wir sehen uns im nächsten Bad. Tschüss! Ich bedanke mich. sẽik